Ich bin Sushi aka Sascha. Auf diesem Kanal bringe ich worauf ich Bock habe. Seien es Let's Plays, Vlogs, peinliche Fanvideos oder dumme Ideen die ich verwirklichen will. Videos kommen, wann ich Zeit und Lust habe. Das kann 1-3 mal in der Woche sein oder einmal im Monat. Die Kamera, die ich zum Film benutze, ist eine Kartoffel. Also wenn ihr euch fragt, wieso der Dummkopf einen Kanal aufgemacht hat, er und die, die ich gerade aufgezählt habe, sind daran schuld. Warum du diesen Kanal abonnieren solltest? Du wirst vor keinem meiner Videos mit Werbung belästigt, da ich kein Geld mit YouTube verdiene. Und mit einem Abo motivierst du mich weiter Videos zu machen und mich stetig zu verbessern. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. bis zum nächsten Mal!